So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Geh da nach unten, okay. Das mit der Baumschule muss ich eigentlich auch noch anschauen. Wegen was bin ich jetzt eigentlich da zurückgelaufen? Ist das das Wildschwein? Wo ist das andere? Ha! Huch! Ja, und hier? War ja irgendwo... Achso, na, das ist woanders angekreuzt. So. Dann würde ich tatsächlich zu Hause ein bisschen was weitermachen. Obwohl, die ganzen Quests wären nicht schlecht, wenn die endlich mal abgeschlossen wären. Hi, Opa. Großvater, ich weiß, wo der Eber ist. Aber ich kann ihn nicht einfangen. Ich habe ihn schon dabei. Hm. Als ich jünger war und beweglicher war, haben wir oft Schweinereiten gespielt. Vielleicht könntest du das mit einem Eber versuchen. Renne hinterher und versuche auf seinen Rücken zu springen. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, denk an eine Sache. Kein Wort zu Großmutter über dieses Gespräch. Was? Was? Wie kann ich abspringen? Was? Wie cool ist denn das? So, warte. So. Oh, Wolle. Warte, warte, warte. So, einmal. Schnipp. Nee, hier. Schnippi, schnippi. Das war jetzt cool. So. So. Dann. Hier passt alles. Hier passt alles. Okay. Ah, okay. Züchte neue Hel... Mit Baumschule. Was für eine Baumschule. Muss ich das selbst herstellen? Kiste. Baumschule. Fünfzehn Bäume soll ich. Geht sowas auch? Warte. Und gießen? Ist da jetzt schon was drin? Ha. Oh, okay. Ähm... Ja, aber... Das mit dem Pferd ist derweil eh noch hinfällig. Dann würde ich tatsächlich hier hinten das mal fertig machen. Das Zelt haben wir dabei, wenn es wirklich wäre. Zu essen haben wir auch. Weil... Das Pferd kann ich ja nicht reiten, oder? Und wenn dann... Glaube ich nur mit einem Sattel. Dass du es... Ähm... Ringsen kannst. Weißt schon. Verlenken kannst. Verdammt. So. Wo ist... Ist das jetzt... Ja. Die richtige Brücke. Sehr schön. Achso, ich brauche ein Pflaster. Gegen dieser doofen Gans. Doofes Vieh. Wenn die in Wirklichkeit auch so aggressiv wären. Außer du segierst sie dann, ja. Aber sonst sind die eigentlich harmlos. Achso, ja. Du fühlst dich gut. Du sollst sie auch hier aufheben. So, das heißt... Ich muss eh hier drüben mal über die Brücke drüber. Ich glaube, ich brauche auch mehr Kompost. Eh, hallo. Aufheben. Warte mal. Wo bin ich da wieder drüber gekommen? Achso, ganz normal hinten rum da. So, da ist die Brücke und da gehen wir jetzt rüber. Dann machen wir das mal. Da ist, glaube ich... Der rings. Der rings. Der Deich, ne? Und hier können wir fertig erkunden auch. Warte. Brauchen wir wieder... Ah, die Kompost... Das muss ich alles dann... Auch noch machen. Die haben wir aber schon, gell? Ja. Die haben wir auch. Ja, und dann fehlt uns hier ein bisschen was noch. So. Kann ich eigentlich so einen Baum mit nach Hause nehmen? Kleine Kiefer. Ja. Weil ich würde gerne für den Wald drüben, wenn wir da wirklich die Bäume züchten müssen, solche Kiefer gern haben. Was haben wir hier dann noch? Aber ich glaube, die müssen erst wachsen dann, oder? Jetzt hier hinterbei ist nix. So, ja, gut. Oha, was? Die nehmen wir alle mit. So, wie spät haben wir es? 18.09 Uhr. Ja, okay. 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 So, woops, woops, woops. So. Jetzt bin ich halt unsicher. Da vorne haben wir ja eine Scheune gesehen. Ein Trauermantel. Die sind wieder neu. Da vorne ist eine Scheune. Da war man aber, glaube ich, noch nicht. Nicht haben wir, wa? Nee, Himmelsfalter haben wir auch noch nicht. Was bist du? Ein kleiner Fuchs. Okay. Dann war man hier auch noch nicht drinnen. Dann ist da eventuell wieder irgendwas für uns. Ein Nachttisch. Sonst nix. Okay. So, bevor wir da reingehen, machen wir hier noch weiter auf. Achso, das ist jetzt der Himmelsfalter. Jawohl. Da oben irgendwas ist? Ich glaube nicht. Nö. Das ist schon wieder so eine doofe Gans. Wieso kann ich die Gans nicht ausschalten? Sie hat mich erwischt. Ich fasse es nicht. So, ciao, Kakao. Das wollte ich haben. Danke und tschüss. So, was haben wir hier eigentlich jetzt? Rosenklee. Okay, warte. Rosenklee haben wir hier. Da muss ich aufräumen, oder? Ja. Oder habe ich hier schon aufgeräumt? Die haben wir auch schon, oder? Sind die weg? Hier. Das muss ich selber noch mal nachschauen, warte. Rosenklee. Nee. Nee. Ich muss noch aufräumen. Drei Stück sind noch. Eins. Zwei. Drei. Jetzt. So. Haben wir fertig. Okay. Weiße Daunenjacke. So, Glühwürmchen. Kriege ich die Glühwürmchen überall? Das sind mehrere Gänze, aber das haben wir schon. Das sind Glühwürmchen nur im Wasser. Oh, das ist noch zu wenig spät. Äh, ich gehe nach Hause. Gute Nacht. Ich sollte mich besser nicht bei Nacht allein im Wald herumtreiben. Ich wollte doch nur Glühwürmchen sammeln. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Oh, da ist ein Bäumchen schon drin. Wie cool. So, okay, warte mal. In erster Linie müssen wir uns mal um die Tiere kümmern. Und ich brauche noch so einen Kompost. Und ich muss das heute mal versuchen. Achso. Ne, ne, nein. Was machst du denn? Achso, keine Ausdauer. Achso, ich brauche ein Pflaster ja auch. Das ist doofend Gänze. So, herstellen. Komposthaufen brauche ich Holz für. Naja, gut, ich habe gerade kein Holz. Aber da haben wir auf jeden Fall einige. Achso, da gehen noch mehr rein. Ich dachte schon, es sind schon 50. So. Dann. Gras. Ist viel zu wenig. Nein, jetzt habe ich den eingesammelt. Was mache ich denn? So. So, ist auch drauf. Okay, Hammer. Fünf Vollballen habe ich nur. So, was könnte ich denn alles jetzt... Das sind die Kartoffeln. Warte, ich mache gleich noch ein paar. Normale Grassamen. Können wir auf jeden Fall auch hernehmen. Schilfra braucht man. Das, glaube ich, ist alles abgeschlossen. Und die Bäume können wir auf jeden Fall rübergeben. Das können wir rübergeben. Die gehen wir rüber. Das kommt auch ins Lager. Schilfra braucht man. Kleiner Kiefer, den müssen wir anpflanzen. Das würde ich heute gern probieren. Das kann rüber. Ja, das kommt auch derweil rüber. So, und das Gras. Kann man ja anpflanzen bei den Tieren. Wegen Fressen und so. Dann brauche ich nämlich nicht immer Heuballen machen. So, dann kriegt ihr nämlich nur einen Heuballen rein. Und dann braucht man die Schere. Da ist sie. Wo rennt denn eigentlich unser Pferd herum? Das ist schon wieder da hinten. Oh, shit. Okay. So. Gut. Du brauchst da noch. Und wir haben ein Schief, äh, ein Lama bekommen. Also, wie heißen die jetzt? Alpaka, nicht Lama. Da, das ist ein Baby. So. Ihr gehört gemolken. Dann machen wir so. Hoppla. Sehr schön. Da haben wir auch schon ein Baby. Wie sieht's bei euch aus? Da ist einer. Hoppla. Mehr haben wir nicht. Sieht nicht so aus. So. Das nehmen wir alles wieder mit. Hier, mitgenommen, mitgenommen. Und dann war irgendwo noch eins. Da. Da müsste auch noch eins sein. Jawohl. So. Euer Fressen. Da ist noch eins, oder was? Weil wegen Fliegen und so, nix. Okay, dann brauchen wir die Schere wieder. So. Ja, mit einer Wolle. Was wollte ich nicht? Warte, muss ich wieder einsammeln. Sammeln. Hängst du da hinten fest? Nee. Okay. Okay. Dann haben wir hier da was. Wir haben ja erst eingesammelt, ne? Noch zwei Tage. Jawohl. Dann arbeiten wir jetzt ein bisschen mit Gras-Samen. Warte mal. Da hinten. Da ist anscheinend auch noch irgendwo was. So, einen Ballen kriegt's rein. So. Warum heißt der Beta? Na, da fliegen noch Fliegen. Da fliegen noch Fliegen. So. Die sind hier halt im ärgsten Buchgras da, ne? Gut. Dann, tiermäßig, passt soweit. Dann schauen wir mal, wie's hinten bei unseren Pflanzen aussieht. War der beim Opa, holen wir auch noch. Hi. Jawohl, Gras ist auch wieder dabei. Müssen wir gießen. Ja. Ist in unserer Gießkanne Wasser drin? Wo ist unsere Gießkanne? Hier. Ist sie. Wo kriege ich denn so Schläuche noch her? Ja. Muss sie nämlich alle noch irgendwie verbinden. Kein Wasser? Alle? Wollen wir halt ein bisschen was wieder zu Hause machen? Okay. Wie sieht's eigentlich hier aus? Und einer schwirrt wahrscheinlich irgendwo herum. Okay. 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 Ich denke mal, es wäre nicht schlecht, zu Hause was zu machen. So. Da müssen wir auf jeden Fall verbreitern. Warte mal. Ich habe ja die kleinen, die hier. Nee. Die muss ich irgendwo hinpflanzen. Wegen Baumschule und so. Das macht man hinter den Tieren, oder? Ich weiß nicht, wann ich den dann rausnehmen kann, darf. Wie auch immer. Wegen Baumschule. Ich hoffe, dass die gehen. So. Gut. Dann holen wir uns ein bisschen Holz. Da, den Zaun müssen wir noch fertig machen. Und für die Baumschule brauche ich noch ein bisschen Holz, glaube ich, auf jeden Fall. So. 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 Also keine Ausdauer. Nein, bitte. So, wo haben wir noch, wo haben wir die Hama, da ist noch einer. Für die Mühle habe ich noch immer nichts. Ich weiß nicht, woher ich nehme. Holz. Okay, ich glaube, das passt einstweilen schon mal. So, da hinten können wir heute das ganze Gras auch noch entfernen. Jetzt muss ich mal den Stall zumachen. Zwei, drei, glaube ich, fehlen mir noch. So. Und zwar ist das... Der hier. Okay, Seil. Ah ja, da habe ich ja... Oh, shit. Seil gebraucht. Äh, für Seil brauche ich... Wolle 21 habe ich da. Habe ich im Lager keins? Sieht nicht so aus. Okay. Schauen wir mal. Wie viel Seil kriegt man zusammen? Okay, viel ist es nicht. So, ich glaube, drei, das passt. Ähm, hier. Nee, ist, glaube ich, sogar noch zu wenig. Gut, wir haben eine noch. Aber dann ist er zu. Dann können wir das Pferd endlich reingeben. So. Ach so, da gleich. Ein... So, Seilzaun, Seilzaun. So, dann platzieren wir den hier. Dann... ...ist der Stall zu. Und dann holen wir unser Pferd. Und wo auch immer das Pferd ist, da hinten. So, kommst du mit mir mit. So, ist gut. Passt, dann haben wir das abgeschlossen. Şimdi. Bis dann. Vielen Dank.